Verehrte Zuschauer, meine Damen und Herren, ich begrüße sehr herzlich bei unserem Antirassismus-Programm. Unser Name ist Programm. Wir haben heute ein sehr schönes Produkt. Es ist wirklich sehr toll. Dieses Produkt ist einfach im Alltag sehr zu gebrauchen. Man kann es überall einsetzen, bei der Arbeit, auf der Straße. Es ist einfach phänomenal. Und hinter diesem Produkt steckt jahrelange Forschung. Herzlich willkommen, dies ist mein Gast, Herr Toleranz persönlich. Hallo. Hallo. Es freut mich sehr, dass Sie den Weg zu unserem Studium gefunden haben. Das freut mich auch. Ich sehe schon, Sie haben hier eine sehr nette Tüte mitgebracht. Wie man sieht. Ja, Noah, das wird uns wahrlich vom MK reißen. Ach, gut, dass wir schon stehen. Gut, dann erzähl uns doch mal etwas über dein Produkt. Sehr gerne. Diese Tüte voller Toleranz beinhaltet Nächstenliebe, Frieden, Harmonie und Respekt, Noah. Das ist ja phänomenal. Ich glaube, ich spüre es schon. Hat diese Tüte voller Toleranz denn noch weitere tolle Eigenschaften? Ja, natürlich. Sie hat bestimmte Nebenwirkungen. So wie sinkender Druck und das Steigern der Sozialkompetenzen. Das ist ja phänomenal. Ja, phänomenal. Sie fragen sich jetzt bestimmt, wo Sie so eine Tüte gebrauchen können. Der folgende Beitrag wird es Ihnen zeigen. Ich kann Ihnen jetzt schon versprechen, dieser Beitrag ist Programm. Das ist ja, das ist ja! Ein weiterer Beitrag zeigt ebenfalls, wozu Sie die Tüte brauchen. Und auch dieses Mal ist der Beitrag Programm. Sie ist jetzt mit Juden befreundet. Komm mit, wir gehen. Ich hoffe, die Beiträge haben Ihnen gefallen. Wir haben ein sehr, sehr tolles Angebot für Sie. Philipp, zeig es uns doch mal. Bei einer Familienpackung Toleranz bekommen Sie eine Courage to go gratis dazu. Ich finde, dieses Angebot ist einfach phänomenal. Phänomenal. Wie immer können Sie die Produkte auf unserer Internetseite erwerben. Ich freue mich schon auf die nächste Sendung. Und ich verspreche Ihnen, auch die nächste Sendung ist Programm. Ich hoffe, das ist ein sehr, 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 sehr. Das war's.